F107 F3 Mit dem Formulas-Juden-Wettbewerb in England startete der F107 F4 das Rennteam Unisch Stuttgart in seine Saison 2009. In Silverstone würde sich zeigen, ob der Bolide konkurrenzfähig ist und das schwere Erbe des F107 F3 aus der Vorjahressaison antreten kann. Ob nun Sieg oder Niederlage, eines war klar. Die investierten Mühen haben sich in jedem Fall gelohnt. Die investierten Mühen haben sich in jedem Fall gelohnt. Und zum nächsten Mal. Wir zwei, drei, drei... Bands, you got the chance Bands, you got the chance